Und das ist ein Porsche 911 R. Herzlich Willkommen, liebe Freunde, bei Cargo. Ein echter Wolf im Schafspelz mit 500 PS und 4 Litern, Sechsgangsschaltung, ganz nach dem originalen Vorbild, was es 1967 gegeben hat. Das Auto, was wir euch hier präsentieren, hat erst 150 Kilometer. Das ist ein mir lange gut bekannter Sammler, der sich den gekauft hat. Er hat sich die Autos neu gekauft, ist einmal um seine Halle gefahren und hat die Autos weggestellt. Das heißt, das Auto ist zwar vier Jahre alt, der kommt ja aus dem Jahr 2016, aber ist eigentlich neuwertig. Und dann noch in dieser ganz, ganz seltenen Farbe, ich glaube, da gibt es nur zwei oder drei Stück, so ein Auto ist einmalig. Dieser Wagen zeichnet sich besonders aus durch den einmaligen Leichtbau. Er wiegt betankt nur 1370 Kilogramm und gehört damit zu dem leichtesten Porsche, der derzeit überhaupt gebaut wird. Aus dem Stand beschleunigt der Wagen in 3,8 Sekunden, was wirklich einmalig ist und was nur deshalb möglich ist, weil er so leicht ist. Der Vortrieb des 911 R endet erst bei 323 Stundenkilometern, was natürlich eine gewaltigere Geschwindigkeit darstellt. Und man hat ein total leichtfüßiges Gefühl, wenn man in diesem Wagen sitzt und voll beschleunigt. Die Fronthaube und Kotflügel sind hierbei aus Carbon und das Dach, wie ihr hier sehen könnt, was ganz charakteristisch ist, ist aus Magnesium. Selbst das Porsche Wappen hier ist aufgeklebt, ist nicht aus Metall, auch aus Gewichtsersparnisgründen. So, wenn man sich das ganze Auto anguckt, das ist ja wirklich fabrikneu, da sind überhaupt keine Einschüsse im Lack. Der ist noch nie auf der Autobahn gewesen, ist zwar 2016 gebaut worden, aber das ganze Auto ist neuwertig. Da gibt es keine Beulen, da gibt es keine Kratzer. Der Wagen ist praktisch ladenneu und ist eigentlich ein Mass-Have für wirklich jede Sammlung. Jetzt zeige ich euch mal den Innenraum dieses fantastischen Porsche 911 R. Zuvor aber nochmal ein kleiner Hinweis auf dieses tolle Dach, wo ihr diese Rillen seht, das hat nur der 911 R. Also diesen Double Bubble praktisch, gab es ja auch bei ganz berühmten Vorbildern seinerzeit. So, ich starke jetzt in den Wagen. Ich erkläre euch mal so ein bisschen, was man hier sehen kann. Das Tolle von der Firma Porsche ist, dass die wirklich aufs Detail achten. Und wenn ihr euch hier mal den Autoschlüssel anguckt, der ist in Fahrzeugform und hat sogar die Originalfarbe, dieses Giftgrün, was ja eine ganz besondere Eigenheit ist, was sehr, sehr selten ist. Natürlich auch neuwertig wie das ganze Auto. Hier habt ihr die Türverkleidung, die Zuziehgriffe sind aus diesem sehr, sehr leichten Material. Hier ist alles gestickt in grün, schwarz. Die Türen haben Airbag. Hier sehen wir das Armaturenbrett. Es ist alles aus hochwertigem Carbon ausgestattet. Dieses tolle, griffige Lederlenkrad. Auch hier in grüner Stickart komplett umgeben. Hier ist das außergewöhnliche Sechsgang-Schaltgetriebe, was diesem Wagen, diesen außerordentlichen Sportwagencharakter verleiht. Die meisten anderen 911er, die heute gebaut werden, haben das schon gar nicht mehr. Hier ein besonderes Gimmick ist diese tolle Sport-Krono-Uhr direkt auf dem Armaturenbrett oben drauf. Hier auch wieder die feinen Nähte in grün, entsprechend der Außenfarbe des Autos. Ich öffne jetzt mal das Handschuhfach hier vorne. Hier ist die Betriebsanleitung. Es sind sämtliche Wartungsunterlagen, die man braucht zu diesem Fahrzeug. Und hier weiterlaufender Streifen aus Carbon auslaufend bis an die Türkante heran. Wie gesagt, alles wirklich neuwertig. Das Auto hat 189 Kilometer jetzt gelaufen. Also der ist nicht mal richtig eingefahren. Und das ist für einen Sammler in dieser ganz, ganz, ganz selten gefertigten Farbe wirklich ein Must-Have. Also bei sowas sollte man echt zugreifen. Das kriegt man nirgends mehr am Markt. Jetzt hier neben mir der Beifahrersitz, ein fantastischer Sportsitz aus edelstem Leder, aus edelstem Materialien mit diesem schönen Pepita-Muster, was es in den 60er Jahren gegeben hat. Hier oben die Einfassung der Kopfstützen ist aus Carbon. Das könnt ihr sehen. Und man hat hier oben drüber 911 R in die Kopfstütze edelst eingestickt. Also das ist schon wirklich beeindruckend gemacht im Detail vor allen Dingen. Selbst die Fußmatten hat man hier in Wagen-Außenfarben grün gerendert. Also was ich ja fantastisch finde, wirklich, wirklich aufs Detail geachtet. Das macht diesen 911 R wirklich ganz, ganz besonders. Was es beim 911 R auch nicht gibt, das ist die Rücksitzbank. Hat man aus Gewichtsersparungsgründen weggelassen. Hier noch einige Erklärungen zu den Tasten. Hier ist Spoiler rauf und runter. Hier Sportauspuff. Und hier kann man das Fahrzeugniveau um 30 mm, also 3 cm hoch oder runter anheben. So, jetzt habe ich für euch mal den Motor geöffnet. Hier ist das Allerheiligste dieses 4-Liter-Motors mit sage und schreibe 500 PS. Nur ein bisschen schade, sehr wirklich viel sehen kann man hier nicht. Was man hier aber wirklich sehen kann, ganz toll, es ist wirklich ein Neuwagen. Es ist so, als ob wir gerade im Porsche-Werk sind und diesen Wagen neu erstehen. Wirklich ein ganz fantastisches Fahrzeug. Mehr dazu bei uns in Rosenheim. Übrigens, was kostet so ein Auto? Dieser hier liegt bei ca. 350.000 Euro. Für so ein Sammlerstück sicherlich nicht zu viel. Und ich glaube, er hat gewaltiges Preissteigerungspotenzial für einen Sammler. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir correcteden bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.